Guten Tag, ich bin Carsten Ulfherz. In diesem Videotraining werden wir uns gemeinsam damit beschäftigen, wie Sie Ihre privaten und beruflichen Notizen mithilfe einer modernen Software erfolgreich erfassen und effizient verarbeiten können. Ich arbeite seit 2001 in der IT-Branche und bin Microsoft Certified Trainer und Microsoft Most Valuable Professional. Heute arbeite ich als Berater für Office 365, SharePoint und Azure bei der Firma ConfigPoint GmbH in Stuttgart. Das Videotraining richtet sich an jeden, der nach einer einfachen Möglichkeit sucht, den konventionellen Notizblock durch eine zeitgemäße Lösung zu ersetzen und damit auch seinen Papierverbrauch deutlich reduzieren will. Das hohe Tempo und das Informationsaufkommen der heutigen Zeit erwecken das Bedürfnis, dass Notizen jederzeit und überall für Sie und vielleicht auch für ausgewählte andere Personen zugänglich sein sollen. Genau das bietet Ihnen Microsoft OneNote. Es handelt sich dabei im Prinzip um eine sehr einfach aufgebaute Software, die Sie auch ohne Vorkenntnisse schnell erlernen und verstehen können. Sinnvolle Einsatzmöglichkeiten von OneNote sind beispielsweise eine Aufgabenliste, ein geschäftliches Besprechungsprotokoll oder eine einfache Mitschrift. Wie Sie vielleicht bereits wissen, hat sich die Funktionalität von OneNote in Office 2016 gegenüber Office 2013 kaum verändert. Dafür hat sich im Bereich der mobilen Apps für Smartphones und Tablets umso mehr getan. Microsofts Strategie, Cloud First, Mobile First. Das ist besonders im Bereich der Notizenverwaltung deutlich sichtbar. Meine Erfahrung mit OneNote zeigt, jeder findet mindestens eine gute Möglichkeit, OneNote im Alltag sinnvoll für sich zu nutzen. Also, auf geht's! Mike Cousin Mike Cousin Mike Cousin Mike Cousin